Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video und willkommen zu Super School of Dragons. Ja, das ist der vierfühltige Paar, das weiß ich jetzt gerade auch nicht so genau. Auf jeden Fall ist das die wieder Nele. Genau, Nele sagt auch Hallo. Ja, ist gut. Sie ist auf Stufe 4, das heißt ihr werdet sie so das letzte Mal sehen in klein. Und ja, wir werden jetzt versuchen, wieder so viele Aufgaben wie möglich zu schaffen. Oh, no, 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 das bringt dir sehr, sehr wenig. Egal. Oh Gott, in der Schule. Dann gehen wir doch mal in die Schule, ne, Nele? What the fuck? Der Drache da oben sieht genauso aus wie meiner. Der da, genau der da. Der sieht genau, Haar genauso aus wie der Feuerzahn. Nachmacher! Ja, gut. Oh, der blau sieht voll schön aus. La, 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 la. Ich habe schon 33 Abonnenten. Und es fehlen nur noch zwei. Und was ist das schon wieder? Nele, ist die gerade weggelaufen? Ne, kann ich mich hier auch heute noch bewegen? Achso, die Maus. Jetzt? Ja. Ich dachte gerade, die läuft ja weg. Da, ich sehe es funkeln. One. Ups. Ich meine so. So. Da. Und. Und. Heps. Heps. Finde Alpen Antia in Berg. Na, Nele? Hallo. Tschüss. Tschüss. So. Berg. Ach, hei, Mini. Tschüss. Oh gut, er hat ein Lila in dem Bauch. Es sind viele unterwegs, die so ein Rot und dieses Blaue haben. So. Wo ist denn jetzt diese komische Blume? Blume, zeig dich. Ähm, da oben. Da oben. Verarschen, da oben. Äh. Hüpf. Ich hab keine Ahnung, das ist da ganz oben wahrscheinlich. Da muss ich auch immer schneller auf Feuerzahn wechseln. Genau. Dankeschön. So, Feuerzahn. Wir wollen jetzt eine komische Blume holen. Ja genau, weil wir haben nämlich keine Hobbys. Ach, sie ist schon nirgends wieder unter mir. Ach, ich hab mich ja so unter mir. Ah, das Schiff war jetzt auf der Seite hier. So. Wir gehen ganz langsam hoch. Ein bisschen schneller vielleicht. Boah, das kann doch nicht angehen. Feuerzahn. Ich seh sie doch. Man, hätten die das Land nicht irgendwie bessern können? Boah, wer da fällt sie mir runter? Eins. So, wo ist Nummer zwei? Zwei. Nummer zwei. Ist sie wieder oben? Ich verstehe das gerade nicht. Runter Feuerzahn. Zwei. Ich verstehe das nicht. Hä? Wo denn jetzt? Entscheide dich doch mal feiern. Boings. Oh Gott, da komme ich nicht hoch. Ist sie vielleicht hier? Nee, da ist sie nicht. Wo denn? Hä? Ich verstehe das nicht. Wo ist diese Blume? Da ist gar nichts. Hallo? Oh Gott. Oh Gott. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ich muss jetzt die Kamera hier richtig machen. So. Ich weiß nicht, wie ich da hinkommen soll. Hä? So. Oh. Feuerzahn. Jetzt geh doch mal da rauf. Mensch. Der stillt sich aber auch an. Ich geh jetzt einfach weiter in die Richtung. Vielleicht wendet sich der Pfeil ja wieder. Oh, ich verstehe das nicht. Feuerzahn. Der will die wahrscheinlich holen, aber der... Da ist keine Blume. Was will da? Pfeil. Mann. Da ist nirgends wunde Blume. Da ist nirgends wunde Blume. Feuerzahn? Feuerzahn noch da oben? Hey Mann, wo ist denn die hier bitte schön die Blume? Da ist nirgends wo eine. Oh Mann, was ist denn das immer, was diese Spakten... Da ist keine. Mal ganz ehrlich, da ist keine Blume. Wir können jetzt ruhig hier... Da soll ja eine in der Wand sein, oder? Nun sagt er gleich wieder, da oben ist eine Blume. So wie gut. Feuerzahn. Wow. Ja, sagt er wieder, da oben ist eine Blume. Da ist keine Blume. Ich bin ja nicht doof. Hier ist... In der Wand. Ist klar. Oh Gott. So. Müssen wir da schon wieder ganz nach unten barscheln, oder wie? Jetzt machen wir euch die Kamera wieder ein bisschen... So. Die schummeln mich immer hier durch, ne? Oh Gott, das war knapp. So, dann wechsle ich schnell wieder auf Nele. Zum aktivieren D. Äh, ja. Da ist Nele. Hurra, hurra. Und das ganze Video habe ich... Ich dachte gerade, wann habe ich so einen Drachen? So, wo ist denn hier die Blume? Blume. Zeig dich. Wer, die ist jetzt irgendwo im Wasser versteckt. Ach, die ist schon wieder oben. Echt jetzt? Oh, super. Oh, super. Und dann beende ich das Video einfach so. Ich gehe nochmal zu Nele. So, da ist Nele. Und dann sagen wir einfach Tschüss. Und dann seht ihr Nele das nächste Mal groß. Also, ihr sagt Tschüss. Peace!